Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche Papier für die Küche. Papier für die Küche? Wie heißt es nochmal? Die Küchenrolle? Richtig, die Küchenrolle. Und noch Papier für den Backofen. Ach so, das Backpapier? Bitte schön. Danke. Haben Sie auch das silberne Papier? Ah, wahrscheinlich Alufolie. Genau, Alufolie. Sonst noch was? Ja, noch dieses Plastikpapier. Ich glaube, Sie suchen Frischhaltefolie. Perfekt, Frischhaltefolie. Noch ein Wunsch? Ich brauche noch Papier für... Das Klopapier. Hier sind wir bei den Haushaltswaren. Das Klopapier ist bei den Hygieneartikeln. Danke. Eren. Danke. Olympic und EiersYEida